was geht ab heute mit einer kleinen ankündigung und zwar sind ja gerade alle im trigger mutuelle x-rate einladung hype aber davor gab es ja noch einen anderen hype und zwar der purge hype und mich fragen immer leute wie komme ich da rein wie komme ich hier rein wann ist wieder purge dies das also erstmal 19 der erste ist in münchen bzw bei münchen in dachau wieder purge und mehr infos gleich also erstmal alle purge nights und zumindest nicht alle aber die meisten sind unabhängig voneinander sprich was den potsdam oder berlin oder frankfurt abgeht davon habe ich eigentlich gar keine ahnung außer jemand lädt mich ein oder gibt mir bei infos diese alle unabhängig und falls ihr dabei einer mitmachen wollt müsst ihr euch bei der stadt und den verschiedenen gruppen der jeweiligen stadt informieren deswegen kann ich euch da keine infos geben und ich sowieso nicht weil ich mit pötzschneid eigentlich nichts zu tun hat wenn dann überhaupt philipp da kümmert sich um ein paar münchen jetzt dachau und wien hat er sich auch gekümmert und berlin auch deswegen kann man das nicht so verallgemeinern wie man in welchem pötzschneid kommt oder wie man in den pötzschneid kommt und es ist eigentlich echt nicht so top secret wie manche so denken oder meinen muss halt echt nur bei den jeweiligen gruppen sich bisschen informieren der jeweiligen stadt deswegen kündigt das jetzt an für euch alle die interesse haben an dachau beziehungsweise münchen weil ein paar gebiete von münchen werden da sich auch mit dabei sein und das ganze und ich weiß dass euer lieblingswort umsonst links unten in beschreibung da kommt ihr zum dachau discord und da wird dann alles geplant da kriegt ihr die infos und wenn auch die spawns gepostet und das ganze ist zwar umsonst dann kann die dachau aber es kann auf jeden fall nicht schaden zu spenden normalerweise kostet den pötzschneid 5 euro eintritt und dann seid ihr mit dabei aber da dachau ein bisschen kleiner ist und die das anscheinend schon alles gezeigt haben und uns dann alle herzlich eingeladen haben ist es für euch beziehungsweise sogar für mich umsonst aber wie gesagt man kann ein bisschen spenden es kann auch weniger als fünf euro sein ein zwei euro und dadurch wird das gebiet zum beispiel erweitert und größeres gebiet heißt auch gleich mehr chance auf 100er und es wird auch die dauer verlängert also anstatt 24 stunden ein tag möglicherweise zwei wellen sprich 48 stunden zwei tage das ist vielleicht ganz interessant für leute die ein bisschen weiter außerhalb kommen oder vielleicht eine nacht geschlafen und dann das ganz ausnutzen wollen und ein tag sich eher nicht so lohnt wir entsprechen hier die info ganz kurz für euch sprich alle augsburger regensburger münchen dachau und umgebung und was weiß ich insbruck sogar vielleicht war vielleicht sogar salzburg wieder also als zuletzt verständlich ein paar echt verrückte kennzeichen gesehen also da sind echt welche meilen gewandert für die personal sprich wer interesse hat links und überschreibung zum discord da sind alle infos muss man schauen ob ich selber kann bis wahrscheinlich schon aber ich dachte echt bis dahin hat man endlich die nächste wende von 903 pokémon released aber ist ja tote hose wir haben noch eine woche zeit vielleicht haben wir glück und genau in der nächsten woche werden die neuen kommen wo die personal starte von dachau aber auch wenn nicht kann man immer noch paar gute klasse pokémon abstauben ich will doch die gruppe schmerbe oder wieder heißt diese krabbe der piranha knilz oder wieder heißt traster kann ich noch eins gebrochen also es lohnt sich auf jeden fall immer noch auch wenn die neue wende noch nicht kommt aber wie gesagt alle infos unten in beschreibung ansonsten war es das von mir ich gehe jetzt wieder triggern ich habe nach unten in die kommentare falls ihr von anderen städten wissen die gerade perchen nicht mehr perchen der sogar wieder triggern sagen die gar perchen und wann das ist damit die leute noch mehr infos bekommen hat sie zum beispiel nicht nach münchen kommen können weil es zu weit weg ist weil wir sind schon recht am rande ich weiß zum beispiel kassel war das kassel oder kiel oder irgendwie sowas auf jeden fall irgendwas hat eigentlich jedes wochenende kurz schneidt und eigentlich ist immer kurz schnell irgendwo irgendwann also ich habe das unten in den kommentare ansonsten wir mal liken subscribe kommentieren check die anderen videos auf wir sehen uns vielleicht bei der perchenheit ansonsten folgt auf instagram facebook twitter da kriegt ihr auch immer bescheid über perchen lights und sowas checkt den shop ab und vergesst nicht pokémon ist dieses business